Eins, zwei, drei, Eiber kommt herbei! Hallo und herzlich willkommen zu der Eiber Show. Heute geht es um den Kunstwettbewerb. Und hier kommen meine Kandidaten. Sarah Eisbär mit dem Bild Früchte. Hallo, hier bin ich. Ich habe das Bild Früchte mitgebracht. Zu sehen sind ein Apfel, eine Banane und eine Orange. Nächster Kandidat ist Tim Tiger mit seinem Bild Der Wald. Hier, dieses Bild zeigt den Wald. Ich habe jetzt vielleicht etwas klein gemalt, aber sonst ist es sehr schön. Und als letztes kommt Bernd Bär mit dem Bild Das Haus. Okay, dann werde ich mal mir sie angucken. Also, dritter Platz ist Bernd Bär. Zweiter Platz ist Tim Tiger. Juhu! Boi! Und erster Platz ist Sarah Eisbär. Yippie! Juhu! 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 Und jetzt... Tschüss! Als Thor. Juhu! 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 Juhu!